Mann, 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 Mann. Wir holen unser Zeugs. So jammer nicht, ja. Zum Glück wissen wir, wo wir hin müssen. So, die lassen wir mal da unten. Das Schlimme ist, ich hab den nicht runtergekriegt. Oh man, mein Mann, Mann. Das große Stimmen, was ich probier. So, das ist die Stimmung. So, das ist die Stimmung. Was die Stimmung hat, ist das eine Stimmung. Also, das ist die Stimmung, dass es Leute nicht so gut machen. Die Stimmung hat sich von einer Stimmung. Das war mal der Stimmung. geht doch und was hast du gefunden ein bx-doide er ist der lage abstand zu seinen gegner zu schaffen halte den druck aufrecht sobald in der kampfreichweite ist halt auch schon nach unauffällig platzierten granaten als elitiker fernkampf unterstützung konzipiert ist der mit einem gewehr bewaffnete bx-doide besonders für geheimoperationen als schneller scharfschütze geeignet im nahkampf verschießt er präzise tödliche blaster salven um die gegner zu überwältigen oder niederzuhalten aber mitbekommen das können wir noch nicht öffnen schade aber dafür haben wir das hier aber schon acht von diesen klumpen hier kommen wir theoretisch runter ach das ist er ms jetzt ist er weg warum ist er jetzt weg hallo jetzt bin ich wieder allein ich glaube weil es ein boss war eine wäscherei einheit zu reparieren wie viele das weiß man nicht keiner von ihnen seine kleidung die schade ha 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 die Oh, shit. Oh, komm. Hui. Da bin ich wohl rückwärts wohin gesprungen, wo ich nicht hätte hinspringen sollen. Ungünstig. Aber passiert. Oh, dann können wir hier ein... Sowohl. Abkürzung. Können wir hier nämlich einen anderen... naja, Schnellkletterpunkt machen. So, kommen wir hier runter. Das ist cool, dass da so ja... Mit Patrouille jetzt und so, ne? Aber hier können wir runter, oder? Komm, hier müssen wir runterkommen. Wenn ich jetzt da rüberspringe und dann unten nochmal abbremse... Okay, geht nicht. Es war ein Versuch wert. Also muss ich doch hier wahrscheinlich runter. Falls das hier ein runter ist. Ja. Das erste Ziel, das wir sehen, gehören wir. Und weiter geht's. Dann gehört es dir. Freut mich, dass du dich freust. Gut gemacht, BD. Kriegsherrenstandarte. Ja, mhm. Hier können wir auch... Ein Schnellreisepunkt. Also, was heißt Schnellreisepunkt? Abkürzung, ne? Was ist das da hinten? Die Lampe da unten. Guck mal. Wie die? Zeig mal. Was ist das? Was ist das? Das ist eine Lampe, hä? Warum? Ah, eine Werkbank. Ja, das ist ja nur Optik, habe ich ja gelernt. Materialien. Und wie gesagt, das ist nur Optik. Es funktioniert und sieht toll aus. So, er hat jetzt hier einen neuen Kopf gekriegt gehabt, ne? Irgendwie... Achso, das waren die neuen Köpfe. Okay, ich vergesse es. Kampfstile, das sind die. Hm. Wann kann man denn eigentlich sein... 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 sein Dings austauschen? Sein Lichtschwertfarbe. Lass uns die Gewichtsverteilung testen. Ja, gut verteilt. Was ist das hier? Da ist nix. Und hier können wir wohin? Ah. Es gibt also mehrere Sachen, woran man klettern kann. Das ist gut. die Umgebung nach Feinden. Wozu? Alles hier ist feinzählig. Mach einfach den Scan. Dann steht sogar ein Eis an. Attacierig. Okay, wunderbar. Das haben wir denen getan. Position. Ich hoffe er bewegt sich nicht Er läuft wie ein Wunsch Er läuft wie ein Wunsch Ich werfe das Ding hier lieber Au So geht das Oh Wie komme ich an den Typen umruf Ach hier Alter Ach der Ich komme mit dem Ich brauche Hilfe Der war Ich dachte der wäre Tod oder so Aber der war aus Verriegelt Du bist der Beste Haarknoten Ha Cool Ja Nehmen wir Nehmen wir Warum auch nicht So Da sind es doch Lampen hier Wo sind wir Und wo müssen wir hin Wir sind jetzt Es gibt ja so viele Stellen Wo wir theoretisch hin könnten Ein unerdecktes Gebiet Warum bin ich da nicht lang gelaufen Nein Okay Wenn du sagst nein Dann müssen wir das machen Dann müssen wir das weglassen Kein Kein Haarknoten Ja Okay Weil ihr es so gesagt habt Alles gut Ich wollte bloß was anderes nehmen Es hatte keinen Anspruch auf Das muss unbedingt sein Konnten wir nicht anzünden Da drüben ist auch noch so ein Ding So Eigentlich wollte ich ja gucken wo ich hin muss Ich bin jetzt hier oben drauf Und ein Wegpunkt ist hier vorne Oh So, weiter geht's. Er sagt in die Richtung. Was? Achso. Ich bin hier. Nicht schlimm. Wir müssen Befehle befolgen. Okay. Er blockt meine Schüsse ab. Oh, tschüss. Oh, tschüss. Okay, wenn die Parade richtig gut läuft, dann haben wir so einen richtig guten Block, also so eine Parade, wo wir gegenzuppeln können. Also nicht die ganze Zeit auf Block gehen, sondern die Parade ist doch wichtiger. Ja, also zum richtigen Zeitpunkt gegenhämmern. Okay. Furchtbar gierige Truinen. Was ist das hier unten eigentlich gewesen? Alter! Ravka. Riesige Nasen hier. Ravka. Guck doch mal was. Die haben nur Nasen, nicht mal... Doch, Augen haben seine Seite. Achte auf seine Bewegung. Sei bereit, seinen Angriff auszuweichen. Kann ziemlich schnell besiegt werden, aber es gibt Alternativen zum Kampf. Nein, Ravka ist auf Kobo einnimmisch und verkörpern den Planeten treffend. Die sind unscheinbar aber überraschend gefährlich. Diese vogelartigen Kreaturen sind extrem territorial und greifen jenen mit Schnabelheben und Schlägen an, der in ihr Gebiet eindringt, was ihnen bei den Einheimischen den Spitznamen Stürmer eingebracht hat. Davon abgesehen sind sie eher dumm und durchaus beeinflussbar. Die Wissenschaftler der Republik waren fasziniert von ihrer scheinbaren Immunität gegen die Kobomaterie und vermuteten, ihre Federn könnten möglicherweise irgendwie magnetisiert sein. Mhm. Die Kobomakterie ist dieses Thea, was wir da haben. Oh nein. Völlig unscheinbar. Hier sind aber immer irgendwelche Symboliken. Okay, da möchte ich nicht reinfallen, aber ich vermute mal, dass wir da unten reinkommen. So wie wir da drüben reinkommen. Oh, ich hab dich gesehen. Ich hab dich nicht gesehen, aber gehört. Ach, nö, komm. Ich rutsche hier und du greifst mich an, Mann. Okay, wie kommen wir da hoch? Okay, da komm ich nicht hoch. Scheinbar. Ja, auch nicht. Alter, ich hab was gemacht. Machen wir hier schon. Ich glaube nicht. Okay, wir finden unsere Mitte. Bleiben wir in Bewegung. Ach, guck mal. Ach, hier ist sie. Ah, guten Tag. Ich hab nen Vorschlag für dich. Ja? Zeig her. Bist du an der Chance deines Lebens interessiert? Ähm, ach nee, ist der andere. Lass hören. Ein paar Typen sind in die Mine da drüben gegangen. Seitdem hat niemand mehr was von ihnen gehört. Das stimmt, kleiner Droide. Die Sache hat das Zeug zur Tragödie. Wie fast alles auf Kobo. Prospektoren haben nach Priorit gesucht. Die Mine ist voll mit dem Zeug. Aber diese Leute zu retten, das ist natürlich das Wichtigste. Ich seh mir das mal an. Jetzt sind wir im Geschäft. Die Mine ist leicht da drüben. Kannst sie gar nicht verfehlen. Neben Quest, das ist gut. Siehst du, die Taste kann ich nicht drücken, aber ich könnte M drücken. Für die Quest. Gerücht. Ich habe ein Gerücht gehört. Äh, Gerücht nicht mehr verfolgen. X Details. Hä? So. Ähm, auf Holokarte anzeigen. Okay, das ist von uns link. Wahrscheinlich durch das Tor hier. Da irgendwo. Machen wir mal. Nebenquesten sind immer gut. Kanishan. Da. Oder ist es das Tor? Ja, da geht doch die Quest hin. Hahaha. Hahaha. Ja, so. Oh, sei froh, dass du nicht riechen kannst, BD. Durchnästegrotte. Zappen Luster hier. Ja. Lauf reich richtig? Wir haben noch andere. Ich habe mehrere Wege geführt hier nach oben. Ah, okay. Die Rollen sind auch hier. Da ist er. Noch einer. Ich habe gesagt. Aufhören. Gott, das ist der zarten Duos da. Was ist das für ein Vieh? Tot. Gut. Aber. Affekt-Block war das. Der hier ist hübsch. Neue Beine für die Kleinen. Ich weiß gar nicht, wo ich hier bin. Oh, jetzt kann ich nicht auf die Karte gucken. Aber rötlich ist nicht gut, ne? Rötlich ist immer gefährlich. Oh, Wolf. Warten Sie so was. Danke. Jetzt haben wir auf alle Fälle eine Abkürzung. Schon mal gut. Brauchen wir die Abkürzung irgendwie. Wir können dort wieder rüber. Weil da drüben ist noch hier so ein Durchgang. Deswegen würde ich gern nochmal da lang. Okay. Wir müssen erst mal bis zur Dingsruhe. So, da drüben ist das, ne? Das ist das, was wir sehen. Okay. Wir müssen aber erst mal den normalen, regulären Weg lang. Und dann hier links lang, wo wir vorher nicht lang gelaufen sind. Da können wir durchquetschen, ne? Oh. Lass mich nur kurz durchatmen. Es muss einen Ausgang geben. Irgendwo. Der ist schon länger hier. Vielleicht einer der verschollenen Prospektoren. Hm. Damit haben wir nämlich das hier entdeckt. Das ist gut so. So. Dann haben wir einmal den Weg hier hoch. Das ist einfach nur der etwas längere Weg. Oder der hier rüber. Ansonsten würden wir hier durchkommen. Warte mal. Wir gucken mal, ob wir da irgendwas übersehen haben vielleicht. Zeig doch. Ah, jetzt können wir sie scannen endlich. Tote Schlinger. Mehrere Schlinger, die geordnet erlegt wurden, was eher auf Prospektoren hindeutet als auf eine hungrige Bestie. Das heißt, jetzt geht's hier weiter. Was für eine Kreatur lebt denn hier unten? Ach du Gott. Der freigelegte Brustkorb einer enormen Kreatur. Spuren in den Knochen deuten darauf hin, dass er von einem gefräßigen Raubtier abgenagt wurde. Na toll. Sieh dir mal diesen Brustkorb an. Meinst du, die Bethlehem Raiders zahlen für Fossilien? Oh nein. Das muss einer der verschollenen Prospektoren sein, Kumpel. Deswegen haben wir auch das hier. Wir werden aber nicht jetzt da heilen, weil die ganzen Leute kommen ja hier wieder, die ganzen Monster. Ich glaube, das ist genau dazu da, wofür es hier, wie es hier aussieht. Es ist da, Rina. Wobei wir aber noch nicht da sind, wo wir eigentlich hinwollten, oder? Doch. Doch, der Eingang ist ja da oben gewesen. Alles gut. Wir sind am Ziel. Und Arena. Und ich springe auch noch da hin. Ach du Kacke. Nein, nicht sowas. Warum? Alter, ist der heftig. Wie jetzt? Was? Was? Was war das denn? Hallo? Was zur Hölle? Wahrscheinlich ist der Respawn-Punkt hier, damit wir das später erledigen. Ich glaube nicht, dass ich das schaffe hier. Oh, ho, 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 ho. Oh Er ist sehr schnell Jetzt bin ich tot Ich kann nichts machen Okay, den schieben wir erstmal Eleganz zur Seite Ich glaube nicht, dass er in meiner Situation Irgendeine Art und Weise machbar ist Vor allem, ich komme hier auch nicht mehr raus Das heißt, wenn ich hier sterbe, verliere ich halt meine ganzen Punkte Zum Glück habe ich nur die Punkte verloren Die ich beim letzten Mal Am Safe Das ist eigentlich ganz gut Dass der Punkt hier ist Auf der einen Seite ist das clever Ist wirklich clever Fürs nächste Mal Wir müssen ein bisschen stärker werden Wahrscheinlich müssen wir auf einem anderen Planeten Und dann kommen wir später wieder Wenn wir total imbar sind oder so Geschafft Ich freue mich, Grease wiederzusehen Ist lange her Vielleicht weiß er, wo die anderen sind Sia war in der Vergangenheit gefangen Meryn ging auf Wanderschaft Alte Geschichten Sieht aber irgendwie verlassen aus Okay, rechte Hand Na, nee, ich glaube nicht Ich bin ja schon auf eine Stufe runtergegangen Ich habe nur noch eine vor mir Ich glaube Also wir können es nachher nochmal probieren Vom Abschluss Aber ich glaube Nicht so wirklich, dass das jetzt Irgendwie eine Besserung bringt Ich nehme mal an Das da Oder hier Was ist das hier? Hallo Wer ist der Fremde? Der sieht für mich nicht wie ein Raider aus Schnell Mach irgendwas Nutzloses Ganz ruhig Wir wollen keinen Nerger Wo ist die Kantina? Leicht da drüben Neuankömmling Kannst sie gar nicht verfehlen Na, ich höre die Musik nicht Achso Können wir noch mal sprechen miteinander? Ja, ne? Bis dann Okay, super Danke Okay Okay Sauber So, Kantine Stehe ich jetzt davor? Ja, das ist die Kantine Was bist du hier? Nichts Du hast wohl geglaubt Du könntest uns reinlegen Das war doch alles Das war doch alles Nur ein Missverständnis Hey Lass ihn los Oh nein Oh nein Wird nicht gehen Dieses Ding Ich glaube dir Ich glaube dir Einfach Nathal Nathal Von mir von mir einfallen lassen Wenn du Wenn ihr noch mal kämpfen wollt Ziehe ich friedlich von dannen Er lügt Wir sehen uns Ich ja wohl Wie heißt ihr? Wie heißt ihr? Ich bin Kerl Das ist BD1 Es wäre toll Na denn Na denn Na und und bis morgen Boss besiegt Okay Vergiss nicht später In meinem Laden Vorbeizuschauen Na klar Mach ich Na Frosch Oh Kerl Ich kann dir gar nicht sagen Wie dankbar ich bin Dass du mich gerettet hast Die Stimme kommt mir bekannt vor Diese geschmeidigen Bewegungen Unglaublich Wo hast du das gelernt? Hatten wir uns nicht geeinigt Nicht darüber zu reden Oh ja Richtig Natürlich Aber könntest du mir Trotzdem mal ein paar Tricks beibringen? Ich will nicht Dass du dich selbst verletzt Aber Doma Sag das kann ich am besten Morgen spielen wir Bramble Übermorgen Dann wahrscheinlich Resi Was haben wir Nee gestern Watt brauchst du nicht angucken Gestern war auch Star Wars Und davor Wir haben was Neues angefangen Äh nee weitergemacht Äh Darkness Within Läuft weiter Und dann ist glaube ich Schon fast die Woche vorbei Dann haben wir noch ein bisschen Dredge gespielt Also ja Also alles außer Star Wars kannst du dir angucken Und wenn du nicht gespoilert werden willst Dann Star Wars Okay So jetzt sind wir hier hingekommen Äh Aus Gründen Was haben wir denn jetzt hier Was ist das hier? Thomas Außenposten Das ist der Saloon Das ist der Saloon Und das ist das Hauptziel Der Saloon ist So Ach die Tür die nicht aufgehen wollte Ja da wollte ich doch hier hin Hallo Danke bis morgen Ich suche einen alten Freund Ich suche einen alten Freund Vier Arme Haarig Großmall Hör auf Vertikal beschränkt Los komm raus Altes Haus Die Luft ist rein Ich sag dir Monk Die Battle of Raiders Werden der Untergang Von diesem Ort sein Es gibt keine Hoffnung Null Nada Niente Wie geht's dir bitte Moment Oh Kerl Kerl Lass dich drücken Du Sohn eines Boglings Wie lang ist's her Ich hab dich vermisst Kleiner Hi Lass mich dich ansehen Das sieht furchtbar aus Ja auch schön dich zu sehen Grease Hey Passt du auch gut auf ihn auf? Und passt du auch gut auf die Mantis auf? Oh Bei unserem letzten Job Gabb es etwas Ärger Was heißt denn etwas Ärger? Imperialen Ärger Ah das war ja klar Hier auf Kobo Treiben sie sich in letzter Zeit auch rum Das Gyro der Mantis ist durchgebrannt Wir brauchen deine Hilfe Um hier zu verschwinden Ja klar Das kriegen wir hin Los Setz dich schon Hör zu Monk Gib meinem Freund Was Besonderes zu trinken Erfrischungen Ein Slippery Monk Kommt sofort Willkommen in Pailun Salon Die beste Absteige diesseits von Seltrus Ja so wie du es sagst Wird's ihm nicht gerecht Hier was zum Runterspülen Monk und ich haben den Laden vom Vorbesitzer bekommen Nachdem Nun äh Na ja Er hat sich eine tödliche Blastervergiftung eingefangen Von den Bedlam Raiders Wir hatten schon das Vergnügen Geht's dir gut Grease? Oh klar sicher Solange ich nichts hab was die wollen Hey Was ist der Mantis passiert? Oh Wir waren auf Coruscant Infos für Saw Gerrera einholen Es ging schief Nur zwei von uns konnten fliehen Alles was ich mache ist sinnlos Und die Macht des Imperiums wird größer Seid sicher Das Team getrennt hat es nichts wie früher Ja wir hatten ne schöne Zeit nicht wahr? Ich Du Die Weltraumhexe Sia Hast du mal wieder mit ihr gesprochen? Maren ist ständig unterwegs Er forscht neue Planeten Findet neue Freunde Ich hab's hier gemeint Kleiner Nein Ist ne Weile her So Tja Ihre Kredits haben uns geholfen Den Laden zu eröffnen Aber hier war sie noch nicht Sie ist sehr beschäftigt Mit einem neuen ähm Projekt Hey Carl Wieso entspannst du dich nicht etwas Bevor wir die Mantis reparieren? Die Galaxis kann für ein paar Stunden warten Wir sollten lieber schnell aufbrechen Wenn wir hier fertig sind Ich hab unten im Keller Einen Raum extra für dich vorbereitet Den solltest du dir ansehen Kleiner Oh oh Extra für uns Extra für uns Finde Grease haben erreicht Wo ist dieser Raum nochmal? Der Raum? Oh Kleiner Du wirst ihn lieben Hinter der Bar rechts Durch die Küche Und dann die Treppe runter Verzeihung bitte Hallo Zück Du siehst nicht aus wie ein Raider Wie das denn? Kein Blaster in meinem Gesicht Keine verschütteten Drinks Und kein wildes Gebrüll Und der Droide ist niedlich Ja Das ist BD1 Ich bin Carl Wurde auch mal Zeit Dass ein paar neue Gesichter In die Stadt kommen Ich heiße übrigens Sig Freut mich Verzieh dich Mann Wie du meinst Okay wer ist das da? Hallo Hi Diese Bühne hat schon bessere Tage gesehen Die ist seltsam Ja Er ist seltsam der Typ Das kann nicht erlaubt sein Nicht mal hier am Rande der Zivilisation Das ist die Küche Der Keller muss da drüben sein Vielleicht haben sie eine Küche hier Nicht so schnell Oh Wow Grease hat sich selbst übertroffen Oh Sind jetzt neue Charaktere oder Gespräche verfügbar? Kobo ist ziemlich weit weg von der nächsten Handelsroute Anscheinend kommt Grease mit Bergungsgut aus Gehen wir an die Arbeit Okay hier können wir wieder Hier können wir ausruhen Grease hatte schon immer einen grünen Daumen Wusstest du dass er mit seinen Pflanzen redet? Mhm Mein altes Schrottsammleroutfit Ach hör auf Er wechselt gar nicht Achso Gibt's hier nicht ein Komplettes Set? Warum hat Grease es aufgehoben? Ja aus historischen Gründen Das ist teilsch Wieso unheimlich? Was ist das hier? Das sehen wir uns später an Ah ok Ich brauche jetzt Ruhe Machen wir eine Pause Jetzt haben wir zum Beispiel den Punkt Von hier können wir aber keine Schnellreise machen Warum hier? Ist dasselbe ne? Geht doch nicht Du redest immer noch im Schlaf Tja manches ändert sich nie Du Spender Haarknäuel Danke dass ich mich hier ausruhen darf Klar doch Warum habe ich wohl all die Jahre deine Sachen aufbewahrt? Ich habe gehofft dass du mal vorbeikommst und ein Päuschen machst Es gibt immer Ärger wenn ich irgendwo zu lange bleibe Du hast gesagt hier liegt irgendwo ein Ersatzgyro rum Wir haben noch viel Zeit um die Mantis zu reparieren Aber jetzt will ich ein bisschen über dich reden Mir geht's gut Je früher wir wegkommen desto besser Und dann willst du vielleicht mit Sorger Rara Unruhe stiften? Womöglich Ja Wenigstens einer muss doch kämpfen Witzig Genau dasselbe hast du damals auch gesagt als wir uns getrennt haben Ja weil ich Hör zu Ihr hattet eure Gründe zu gehen aber Für mich ist Aufgeben keine Option Ich muss weiter kämpfen Und wohin hat dich das geführt Kerl? Ich wünschte es wäre anders aber Du verlierst immer mehr Leute Und du hast selbst gesagt Dass das Imperium jeden Tag stärker wird Womöglich wird es Zeit dass du mehr bist als nur dein Lichtschwert mein Junge Denk mal an dich selbst Lass dich nieder Finde ein Zuhause Ein Zuhause Grease? Es gibt kein Zurück Der Orden ist weg wie auch mein Lehrer Ich habe alles verloren Sollen sie etwa alle umsonst gestorben sein? Ich kann auch nicht den Kopf in den Sand stecken Ich weiß du hattest es wirklich nicht leicht Aber Kerl Vertrau mir Denn ich hab's erst auf die harte Tour gelernt Wisse wann du bei einem gezinkten Spiel aufhören solltest Sonst wirst du irgendwann etwas verlieren Das du nie wieder ersetzen kannst Na schön Komm ich will dir was zeigen Das ist ein Schmugglertunnel Komm zusammen mit der Kantine Geh und sieh dich um Ich hab da unten ein paar Ersatzteile Ich wette dort wirst du alles finden was du brauchst um die Mantis wieder flott zu machen Danke Ich weiß es zu schätzen Kerl darf ich dir eine Sache sagen Es tut wirklich gut dich wieder zu sehen Ja dich auch Grease Ich denk drüber nach Hey äh Pass auf wo du da unten hin trittst ja Ich hab ein kleines Problem mit Ungeziefer Na toll Man hat wieder gemerkt Es ist viel leiser geworden alles Es ist nichts verstellt worden Und es Wird einfach leiser Weil sie den Ton nicht im Griff haben Guck dir das an hier Oh Alte Schmugglerstollen Grease hatte immer ein paar Geheimnisse im Ärmel Wo ist das Vieh hin Was ich grad war Was hast du da gefunden Kumpel Kein Ausweg Das glaube ich nicht Ich glaube da ist irgendwas anderes Und jetzt wird es gefährlich Da hinten läuft was Achso Huch Wie ist das alles blau an So Macht oder Heilung Gesundheit erhöht Mal gucken Macht dann Oh Fähigkeitenpost Sehr gut Man müsste öfter die Dinger finden Bei meinem Glück fällt das Ding hier um Das ist aber klein und niedlich Ist das das Oh oh Wie die Nein Nicht glotzen Sondern springen Ich glaube wir sind ganz tief Das sollten wir uns ansehen Was ist das hier Hallo Nee nee Warte mal Warte mal Warte mal Wir Wir nutzen mal Wir haben zwei Erfahrungspunkte Oder Fertigkeitspunkte Das haben wir schon gemacht Das wäre das nächste Maximal erhöht Fokussierter Blick Oder verbessert Ich nehme mal eine verbesserte Stim Damit wir mehr von den Heilcontainern verwerten können So Das sind die Fertigkeiten Die drei Stück Die man hat Magnet Und Einklang Geht die Konzentration Ich glaube das schadet nicht Wenn wir die jetzt nochmal nehmen Es sei denn Warte mal Lichtschwert Ausfallner Schlag Reicht jetzt weiter Das brauchen wir nicht Hier könnten wir Nee wir nehmen Wir nehmen das Was ist das jetzt Oh Gott ich weiß es nicht mehr Doch Wir nehmen das hier Damit haben wir nämlich Mehr Macht Und können mehr Dinge tun Erinnert mich fast an das Übungsgelände der Jedi Aber es fühlt sich anders an Älter Haben wir wieder aus Versehen Zufällig Shit Okay Mein Fehler Das war dann doch ein bisschen Zu weit weg Was ist das für ein Ort Da unten liegt irgendwas Ach Mensch Vorbeigerutscht Sieht aus wie eine Datendisk Eine Datendisk So ja Erkunde weiterhin die Galaxis Und diesen Schatz Entdecken Um herauszufinden Für wen er wertvoll ist Eins von 60 So Jetzt können wir dort Wieder runter Weil Weil Ey Was machst du Jetzt macht das schon wieder Das sieht so aus Als ob er da lang springen will Und ich springe da zur Seite Und er springt da drüber Na toll Okay Was hast du gefunden Tragödie Enorme Felsmassen Stürzen durch das Dach In diese unterirdischen Zuflucht Was auf eine starke Oberirdische Seismische Aktivität Schließen lässt Hier unten gibt's immer noch Strom Vielleicht funktioniert hier noch mehr Jedi Kammer Was ist das? Das ist die Datendisk Ich kam so schnell wie möglich Meisterin Kree Tut mir leid Aber es muss sein Wird mein Gedächtnis Komplett gelöscht? Nein Nur das Was der Rat verlangt hat Dann werde ich mich Wenigstens an Sie erinnern Ich bin bereit Wie lautet dein Name Droide? ZNA4 natürlich Wie kann ich dem Orden dienen? Sie Sag mir wie ich durch den Kobo Abyss komme Diese Information befindet sich nicht in meinen Speicherbänken Meisterin Kree Ihr wisst, dass die Republik eine komplette Evakuierung angeordnet hat Ich weiß Darum habe ich eine sehr wichtige Aufgabe für dich, Sie Hier für dich Ein Stimmer Oh, ein sehr gutes Modell Meine Güte Benutze ihn, um die Waldanlage zu öffnen Reise unterirdisch Halte für niemanden an Das ist ein Befehl, Sie Komme ich nicht mit Ihnen? Nein Der Schlüssel nach Tannelor ist in dieser Anlage Du musst dich beeilen Ich fürchte, sonst ist alles verloren Möge die Macht mit dir sein Ich glaube, dieser Droide ist seit Jahrhunderten hier Guten Tag Oder ist es Nacht? Etwas stimmt hier gar nicht Ist dein Name sie? Ja, das stimmt Aber woher? Oh, nein Ich stecke Sie ist Ich bin hier seit Wie viel Zeit ist vergangen? Ich bin Kerl Das ist bei dir Wir werden dir helfen Freut mich, Sie beide kennenzulernen Ich würde Hilfe, Sie zu schützen wissen Sie ist ein Droide aus der Zeit der Hohen Republik Der von Jedi-Meisterin Santa Key Beauftragt wurde Den Schlüssel nach Tannelor zu bergen Sie mag Kerl sofort Stellt aber seine unkonventionelle Kleidung in Frage Was? Sorry, unkonventionell Okay Können wir nicht einfach hier zaken? Müssen wir runterlassen, ha? Kriegen wir das Ding hier von hier drüben? Mein Ohren Ihr seid ein Jedi Oder spielen mir meine Fotorezeptoren einen Streich? Nicht wirklich sie Ja, ich bin ein Jedi Aber ihr tragt nicht einmal die üblichen Ohren Ich trage lieber einen Poncho Was passiert hier? Keine Ahnung Ah Benutzt die Kugeln, um die Brücke zu aktivieren Dann könnt ihr die Kraftsteuerung bedienen Äh, glaube ich Wer weiß doch schon nach so vielen inaktiven Jahren Bei diesem Droiden ist mehr als eine Schraube locker Was war das? Ich hab gesagt, durchhalten Sie Ich guck mal trotzdem da drüben erst mal Ob nicht noch was anderes dran liegt Nicht, dass ich das hier einfach hier mitnehme Siehste Der Datendisk aus der Zeit der Hohen Republik Ich wette, sie hätte Verwendung dafür Gut gemacht Gleich bist du frei, sie Lasst euch Zeit Ich sitze hier erst seit einer Weile fest Ich habe eure Namen nicht in meinen Datenbanken Wann habt ihr die Prüfungen abgelegt? Hab ich nie Ich wurde bei einer Mission zum Ritter Und was war der Grund für diesen eklatanten Verstoß gegen das Protokoll? Lange Geschichte Es könnte putzig werden mit dem Okay, andere Lackierung, das ist gut Ich möchte ihn von Angesicht zu Angesicht dann Danke, Kel Nichts zu danken Oh, entschuldigen Sie mich jetzt Ich wurde lange genug aufgehalten Oh, nicht jetzt Reiß dich zusammen Ähm, darf ich mal sehen? Nun ich, ich muss zugeben Ich benötige eine Reparatur Also sie Was ist Tenalor? Hm Ein Planet Versteckt in dem Corvo-Abiss Hm Dort steht Ein Jedi-Tempel Eine Bastion des Lichts des Ordens An der Grenze der Galaxis Zumindest hoffte meine Meisterin, dass Tenalor das werden würde Das reicht erstmal Sein neues Zwar, muss er Kennt keiner Sein neues Zuhause, was keiner kennt Wo er geschützt ist Oh, das finde ich arm Ich weiß nur nicht mehr, wozu es gut ist Meisterin Kree hatte einen brillanten Verstand Könntet ihr sie kennen? Kann ich nicht behaupten Egal Aber ich denke, sie hätte euch gemocht Der Ausgang ist da drüben Ich hatte großes Glück Oh Gott Du hast einen Bonus entdeckt Im Spiel gibt es verschiedene Arten von Boni Und sie können deine Spielweise nachhaltig beeinflussen Bonus-Lots Ach, das gibt es auch noch? Du hast zu Beginn drei verfügbare Bonus-Slots Du kannst im Laufe des Spiels weitere Slots freischalten Besonders mächtige Boni erfordern möglicherweise mehrere Slots Boni können jederzeit im Boni-Bereich das Fähigkeiten-Menü eingesehen werden Aktuell ausgerüstete Boni können an Meditationspunkten verwaltet werden Okay, wir haben jetzt natürlich ein Dings nicht Also beim nächsten Mal Sieh, dieser Planet, den ihr erwähnt habt Wie ist der so? Tabelow? Was für ein wundersamer Ort Wie komme ich da hin? Durch den Kobo-Erbiss Das muss das Wissen sein, das deine Meisterin aus deinem Speicher gelöscht hat Tja, sie wird ihre Gründe gehabt haben Achso, ich muss sie rauchen Entschuldigung Okay, schau' ich rufe Vierge Kau' ich rufe Kau' ich rufe Gute Ja, ich rufe Gute Oh! Ich rufe Als ich zuletzt hier war, stand noch nichts von alledem. Und der Himmel war voller Meteoriten. Oh, ich hab wohl sehr, sehr lange geschlafen, nicht wahr, Kel? Ja. Keine Sorge. Du bist nicht allein. Ich helfe dir, dich zurechtzufinden. Sie tragen zwar nicht die korrekte Kleidung, aber... Jetzt bin ich sicher, dass Sie ein Jedi sind. Na komm. Ich bin gleich da, Kel. Warten Sie nicht auf mich. Oh, was für seltsame Gebäude. Meine Güte, was war das? Okay. Muss ich da jetzt so ruhen?